Ich mag Motoren, ich mag Maschinen. Ich weiß es nicht, was das ist. Es treibt mich so. 2007 bin ich zu NAFO gekommen und ich bin Inhaber jetzt seit zweieinhalb Jahren. Den State Monitor haben wir seit circa sechs Monaten in Einsatz und wir waren die ersten in Tschechien. Wir haben von der ältesten Machinara bis zu der Samac alle Maschinen angeschlossen. Wir beliefern mit unseren Werkzeugen die Hauptzulieferer den meisten Automobilhersteller, die aus Europa stammen. Für BMW, Audi, VW, also für die Großen, für Skoda als Eigentümer. Egal wo sie sind, egal wann, sie sehen, was mit ihrem Maschinenpark passiert, ob die Maschinen laufen und wie sie laufen. Und das ist unheimlich wichtig. Sie haben alles unter Kontrolle. Darüber träumt ihr das Eigentümer. Dass die Firma so gut ist, das ist nicht mein Verdienst. Die Mitarbeiter, die haben die Firma so weit getrieben. Ich habe eben nur das Umfeld geschafft. Für mich ist das Wichtigste, dass die Leute zufrieden sind. Und wenn die Leute zufrieden sind, dann wird die Arbeit komplett anders geleistet. Wie wichtig ist für uns die Digitalisierung? Das ist das in dieser Vision. Das, dass die Leute weniger Arbeit haben, aber trotzdem produktiv sind. Der State Monitor gibt mir die Sicherheit, dass die Maschinen laufen. Und das ist unglaublich wichtig für mich. Das ist unglaublich wichtig für mich. Das ist unglaublich wichtig für mich. Das ist unglaublich wichtig für mich, als du da, ich bin nicht überwappend. Vielen Dank.